Schönen guten Morgen, ich darf Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz begrüßen. Uli Mayer und ich werden heute vorstellen, was wir in dieser Landtagswoche vorbringen werden und wozu wir die Landesregierung auffordern. Es geht um die Senkung der Treibstoffpreise und wir müssen dazu sagen, dass natürlich ganz aktuell die hohen Treibstoffpreise in aller Munde sind. Aber das Anliegen, dass wir vertreten, dass Südtirol seine Kompetenz als autonome Provinz endlich wahrnimmt. Und man muss dazu sagen, dass Südtirol schon seit dem Jahr 1995 die Möglichkeit hätte, die Treibstoffpreise zu senken, dass hier die Landesregierung endlich aktiv wird und auch etwas tut. Und ich möchte das Wort gleich weiterleiten an meine Kollegin Uli Mayer, hier den Beschlussantrag auch zu präsentieren. Ja, danke Andreas. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Kollege Leiter Reber hat es schon gesagt, das Land Südtirol hätte bereits seit vielen Jahren die Möglichkeit, auch in diesem Bereich, was die Preispolitik der Spritpreise anbelangt, der Treibstoffpreise gesetzgeberisch tätig zu werden. Und wir erleben es ähnlich wie auch in der Energiepolitik, dass überall dort, wo wir eigentlich autonome Kompetenzen hätten, das Land etwas schlampig ist in der Umsetzung, beziehungsweise diesen Gestaltungsspielräumen nicht nachkommen möchte. Wir haben bereits vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine sehr, sehr hohe Treibstoffpreise in Südtirol gehabt, die höchsten italienweit. Und nun hat auch der Ölpreis neue Höhen erklommen und auch Südtiroler Tankstellen wurden erstmals über zwei Euro für einen Liter Treibstoff verlangt. Und in Südtirol in einem Land, in dem aufgrund des alpinen Geländes und der ruralen Besiedelung ist der öffentliche Personennahverkehr natürlich eine Alternative, kann aber nicht ausschließlich den Verkehr ersetzen. Und die Treibstoffpreise sind wesentlicher Teil auch der Lebenshaltungskosten, die in Südtirol, wie wir auch wissen, wie wir auch aus der Vergangenheit wissen, sehr, sehr hoch sind. Und wie die Gestaltung aussehen kann bezüglich, was Südtirol in dieser Sache unternehmen kann, wird der Kollege Leiter Rehber ausführen. Genau. Es ist ja so, dass in den letzten Jahren die Landesregierung nur den Grenzgemeinden die Möglichkeit gegeben hat, die Treibstoffpreise zu reduzieren in Form einer Förderung. Das heißt, die Bewohner der grenznahen Gemeinden an der österreichischen und Schweizer Grenze können mit ihrer Tankrechnung sozusagen auf der Gemeinde das abrechnen und einen reduzierten Preis indirekt also bekommen. Warum hat das die Landesregierung gemacht? Nicht, weil sie die Bürger in den Grenzgemeinden lieber hat als andere, sondern ganz einfach, weil sie wollte den Tanktourismus verhindern. Denn davor sind halt die Leute dann nach Österreich oder in die Schweiz gefahren, um billiger zu tanken. Und um das zu verhindern und um wieder die Steuereinnahmen indirekt einstecken zu können, die 90 Prozent, die wir ja behalten können als Land Südtirol, wurde das für diese Gemeinden eingeführt, aber nicht für das ganze Land. Andere Regionen, wie zum Beispiel die Region Friaul, hat das für die ganze Region gemacht und nicht nur für die paar Grenzgemeinden. Und das ist schon pure Ironie, wenn dann die Landesregierung und die Südtirol Volkspartei hergeht und in regelmäßigen Abständen alle fünf, sechs Jahre einen Alibi-Beschlussantrag einbringt, die Akzisen zu senken. Das geht alles gut, das haben wir schon ein paar Mal beschlossen in diesem Landtag, aber es wurde auf römischer Ebene von den Parlamentariern auch hier nichts gemacht. Und auch diese Woche ist schon wieder ein Beschlussantrag der Volkspartei auf der Tagesordnung, wo sie Rom auffordert, die Akzisen zu senken. Derweil könnte sie eigentlich selbst schon lange aktiv werden und hätte alle Möglichkeiten dazu, hier die Treibstoffpreise zu senken. Macht es aber nicht, aber es lenkt halt gut ab, wenn man die Schuld immer Rom geben kann und selbst nicht aktiv werden muss. Es sind natürlich auch andere Strategien und andere Vorschläge im Raum, Pendlerpauschale zu erhöhen oder auch den öffentlichen Nahverkehr billiger zu machen. Das geht alles in die richtige Richtung, das passt, aber die Senkung der Treibstoffpreise ist nicht nur auf die Mobilität und auf den Verkehr zurückzuführen. Und Uli Mayer hat das bereits gesagt, Südtirol ist nicht Frankfurt oder München, wo ich mit U-Bahn, Bus und so weiter überall perfekt hinkommen kann. Sondern wir müssen davon ausgehen, dass wir einfach viele Bewohner in der Peripherie, in den Tälern haben, die auf das Auto angewiesen sind. Auch wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt dann auf ein öffentliches Verkehrsmittel umsteigen können. Und noch einmal, es ist auch ein wesentliches Element zur Bekämpfung der Inflation. Es wird heute Abend auch öffentlich eine Diskussion stattfinden über die derzeit sehr, sehr hohe Inflation und man muss sagen, was kann Südtirol machen? Wir haben als autonomes Land keine Kompetenz im Steuerrecht, wir haben keine Kompetenz bei den Renten, wir haben keine oder kaum Kompetenz im Arbeitsrecht. Und das sind genau die Parameter, die es eigentlich bräuchte, um eine Inflation aufzuhalten und abzufedern. Deswegen muss man jene Spielräume nutzen, die man als Land hat. Und das sind zum Beispiel eben die Treibstoffpreise, wo man sagt, wenn ich die reduziere, lasse ich das Geld, lasse ich diesen Betrag den Menschen in der Tasche, um damit ihr Leben gestalten zu können. Anstatt über die Steuern es einzuholen und das ist ein bisschen das System Südtirol. Und dann muss man um Beiträge ansuchen und um Förderungen ansuchen beim Land. Und uns ist es andersherum lieber, das ist ein liberalerer Ansatz, dass ich sage, bevor ich es den Menschen aus der Tasche nehme, lasse ich es ihnen in der Tasche und trage so dazu bei, dass die Kaufkraft in diesem Land wieder ein bisschen anzieht. Und wir nicht diese Probleme haben, vor denen die Bürger jetzt stehen. Und die Landesregierung täte gut daran, ihre Energie, die sie in den letzten Wochen und auch gestern beim Sonderlandtag immer noch in Streitereien und Auseinandersetzungen einbringt. Und auch die mediale Berichterstattung leider dominiert, dass man sich konzentriert auf das, was den Menschen unter den Nägeln bringt. Und die Lösungen für die Herausforderungen der Bürger sucht. Und das ist ein Vorschlag, den wir jetzt in dieser Woche gebracht haben. Das ist keine neue Idee, die Treibstoffpreise in Südtirol zu senken. Aber was bis jetzt noch nie ganz klar war, ist, dass Südtirol wirklich die Möglichkeit dazu hat, als autonome Provinz, andere Regionen machen es auch selbstständig. Und wir als autonomes Land reden uns auf Rom raus, das kann es nicht sein und das darf nicht toleriert werden. Wir werden jetzt im Anschluss auch noch für Fragen zur Verfügung stehen. Danke für die Aufmerksamkeit und wir werden sie auf dem Laufenden halten, was in dieser Landtagswoche auch mit diesem Beschlussantrag weitergeht. Dankeschön. Danke Andreas. Vielleicht einen kleinen Satz noch, weil du das Stichwort gegeben hast, die Bändler-Zulage. Da gibt es derzeit, leider wird es auch Schwierigkeiten, wie wir wissen, das Online-Portal, wo man ansuchen kann, dürfte erst mit Jahresende richtig aktiv sein. Und wir haben viele Zuschriften schon erhalten, dass die Bürger derzeit ein bisschen in der Luft hängen, weil diesbezüglich eben keine klaren Auskünfte kommen. Es soll dann danach vereinfacht sein. Aber was in diesem Zeitraum jetzt derzeit geschieht, darauf gibt es auch noch keine klaren Antworten. Und deswegen man sieht, dass eigentlich ein Problem, ein jetzt real bestehendes Problem auch damit nicht gelöst werden kann, weil man auf der anderen Seite digitalisiert, umstellt und eigentlich nicht so weit ist. Deswegen, Kollege Leiter Reber hat das ganz klar gesagt, das Land muss hier wirklich die Kompetenzen ernst nehmen und auch endlich diese gesetzgeberischen Spielräume, die wir als Land haben, auch ausnutzen.